Wir gehen live in fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja? Ben, wir brauchen Sie. Willkommen zu unserem allerersten Spiel. Was ist das für ein Clown? Das ist kein Joker, Ben. Macht eure Einsätze und zwar schnell, Leute. Schon bald gibt es einen neuen Kandidaten. Wir bringen ihn auf die große Leiband zu euch nach Hause. Der Proxy des Feeds stammt aus dem Darknet. Wegen der Code Refraction wird der Inhalt auf... Wir können die Väter also nicht identifizieren. Und auch nicht, wer sich die Show ansieht. Wir sind am Arsch. Im Grunde ist es ein Wettrind. Vergesst nicht, Worten wieder einzuschalten. Dann gibt es eine wunderbare Nundenkandidatin. Die zweite Miss Green. Sag mal, warum genau ist dein Leben lebenswert? Mein Sohn, er hat nur noch seine Mom. Ich erwarte, dass dein Tod und Spitzenquoten bei... ...gestern Nacht wurden angeblich sieben Menschen entführt. Ist das wahr? Geht es ihm gut? Oder wird ihm das zu viel? Ich kann bestätigen, dass das FBI jetzt für die Ermittlungen zuständig ist. Und wir werden den Kühler zur Rechenschaft ziehen. Und dann beginnt unsere Show. Dann musst du sein Spiel noch etwas länger spielen. Und das war's. Meine schaulössigen Geier! Wir haben den Standort. Das ist toll. Zwei Teams bereiten sich auf den Einsatz vor. Zwei Minuten. Wir haben keine verdammten zwei Minuten. Verdammte Scheiße. Und los! Runter mit der Waffe! Ich mein, ist ja sonst nicht in der Glanze. Ich mein, ist ja sonst nicht in der Fall sequence!